Wie es der Name des heutigen Videos bereits erahnen lässt, kombinieren wir die Inhalte aus Episode 1 und 2 in der Playlist Rechnen mit Vektoren. Heißt also, dass wir die vektorielle Addition und die skalare Multiplikation in einen Topf werfen und fertig ist die sogenannte Linearkombination. Ein extrem wichtiges Konzept, gerade auch in der höheren Mathematik, von dem ich dir heute die Basics zeigen möchte. Was ist überhaupt so eine Linearkombination? Welche grafische Interpretation ergibt sich daraus und wie berechnet man diese? Kurz und knapp in diesem Video. Überraschende Erkenntnis zuerst. Diese sogenannten Linearkombinationen, die benutzt du bereits die ganze Zeit, ohne darüber einmal gesprochen zu haben. Der Vektor mit den Koordinaten 3 und 2 beispielsweise. Da würdest du beim Einzeichnen doch auch 3 Schritte nach rechts und 2 Schritte nach oben gehen. Diese einzelnen Schritte, die lassen sich auch durch geeignete Vektoren beschreiben. Der Einheitsvektor in x-Richtung beschreibt einen Schritt nach rechts. Der Einheitsvektor in y-Richtung einen nach oben. Wenn du nun zuerst den Einheitsvektor e x verdreifachst und anschließend das Doppelte vom Einheitsvektor e y hintendran hängst, also dazu addierst, dann landest du genau an der Fallspitze des Vektors 3,2. By the way, dass diese Skalare hier zufällig auch die Koordinaten des blauen Vektors sind, ist bei diesen Einheitsvektoren kein Zufall. Gilt aber auch nur für diese Standard-Einheitsvektoren. Halten wir das nochmal schriftlich fest. Das Dreifache des Einheitsvektors e x schreibst du als skalares Vielfaches. Das Hintendran hängen entspricht der vektoriellen Addition und der zweite Summand ist das Doppelte des Einheitsvektors e y. Also wieder ein skalares Vielfaches. Das, Freunde der Blasmusik, das bezeichnet man als eine Linearkombination. Eine Linearkombination besteht also immer aus mehreren Vektoren, die jeder für sich mit einem Skalar multipliziert werden. Das Addieren, das Hintendran hängen, das macht die eigentliche Kombination aus. Aus wie vielen Vektoren sich der Vektor 3,2 kombinieren lassen soll, ist dabei nicht vorgegeben. Es könnten 2, aber auch 3, 4, 5 und so weiter sein. Und es müssen längst nicht immer die Standard-Einheitsvektoren e x und e y sein. Hier ein Beispiel. Der pinke Vektor wird skalar mit 2 multipliziert, also verdoppelt. Der orangenen Vektor ändert sich durch die Multiplikation mit 1 gar nicht und der rötliche Vektor wird durch die skalare Multiplikation mit minus 1 zum Gegenvektor. Nachdem nun jeder Vektor für sich skaliert wurde, werden sie der Reihe nach aneinander gehängt, so wie es die vektorielle Addition vorschreibt. Übrig bleibt vom Start bis zum Endpunkt, die Linearkombination aus allen drei Vektoren. Unser Vektor vom Anfang, mit den Koordinaten 3 und 2. Es werden also immer zunächst zwei oder mehrere Vektoren gestreckt bzw. gestaucht und anschließend nach den Gesetzen der vektoriellen Addition aneinander gehängt. Wo genau der entstehende Vektor, die Linearkombination am Ende liegt, das hängt voll und ganz von den Skalaren, den Streckungs- und Stauungsfaktoren ab. Aber wenn ich in dieser Animation hier ein wenig mit den Skalaren rumspiele, erkennst du hoffentlich, dass man mit so einer Linearkombination quasi jeden Punkt auf dem Bildschirm und darüber hinaus jeden Punkt in der XY-Ebene erreichen kann. Man muss halt nur die richtigen Werte für die Skalare wählen. Diese Bewegung in einer Ebene durch eine Linearkombination zweier Vektoren wirst du übrigens sehr bald wieder brauchen. Bei der Beschreibung von Ebenengleichungen im dreidimensionalen Raum werden diese Linearkombinationen äußerst nützlich sein. Um den Einfluss eines jeden Skalars zu erkennen, variiere ich nur den einen und lasse den anderen Skalar konstant. Verändert man die Skalierung des Vektors A und ändert die von Vektor B nicht, so liegen alle zugehörigen Linearkombinationen auf einer Geraden. Andersherum, wenn man die Skalierung von Vektor A konstant lässt und die von Vektor B variiert, dann bewegt man sich auch entlang einer Geraden, einer anderen Geraden. Im Prinzip bewegst du dich mit dem ersten Vektor der Linearkombinationen also immer einen gewissen Teil hoch und runter und mit dem zweiten Vektor ein Anteil nach links und rechts. Ideale Voraussetzung, um alle Punkte der Ebene zu treffen. Für die Berechnung der Linearkombinationen, also welche Koordinaten der blaue Vektor am Ende besitzt, dazu musst du nur die Rechenregeln der Addition und skalaren Multiplikationen anwenden. Ich empfehle dabei immer, komponentenweise vorzugehen. Für die x-Komponente musst du beim ersten Vektor also 1,5 mal 1 rechnen, beim zweiten Vektor 0,5 mal 3. Beides wird zusammenaddiert und ergibt die x-Koordinate der Linearkombinationen. Ganz analog in der y-Komponente. 1,5 mal 2 beim ersten und 0,5 mal minus 1 beim zweiten. Und schon erhältst du die Koordinaten deines blauen Vektors. Der blaue Vektor, die Linearkombination, hängt demnach also wirklich von der genauen Wahl der Skalare, der Streckungs- und Stauchungsfaktoren ab. Je nachdem, wie du diese wählst, liegt die Linearkombination irgendwo in der xy-Ebene. Meist wird dir diese Linearkombination aber gar nicht gegeben sein. Du wirst meistens die Frage bekommen, ob sich ein vorgegebener Vektor als Linearkombination von zwei anderen schreiben lässt. Du sollst also die Werte der Skalare r und s bestimmen. Wie muss ich den Vektor 2,1,1 skalieren? Und wie den Vektor 1,1,2, damit in der Linearkombination der Vektor 3,1,0 entsteht? Das ist eine absolute Standardaufgabe, die wir uns aber nicht hier und heute angucken, das zeige ich dir ausführlich im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.